Thorin und sein Trecker. Mitfahren will er eher nicht so viel zu laut, aber drauf spielen. Für den Sechsjährigen ganz großer Spaß. Beim Thema Mütze aufsetzen allerdings hört er Spaß auf. Alles ganz normal also. Thorin hat das Down-Syndrom. Für viele werdende Eltern eine Horrorvorstellung. Und ein Grund abzutreiben, wenn die Tests in der Schwangerschaft darauf hinweisen. Thorins Eltern haben sich gegen die Tests entschieden. Mit dem Trecker und Jürgen Vogel als Unterstützer werben sie für Akzeptanz statt Abtreibung. Jürgen Vogel kennt Thorin aus dem Kindergarten. Eine ganz große Freundschaft. Das ist ein super Junge. Das ist ein wilder, richtig guter Junge. Der ist auch sehr süß, muss man sagen. Zu dem ist alles, was jedes Kind auch ist letztendlich. Da gibt es ja gar keinen Unterschied. Da gibt es keinen Unterschied. Mensch ist Mensch. Und um das allen klar zu machen, fährt er eben mit Thorins Vater und Kindern mit Down-Syndrom durch Berlin. Die Botschaft, Down-Syndrom-Kinder haben ein Recht auf Leben. Dafür ist Cord Groß quer über die Alpen gefahren. Mit dem Traktor und mit Thorin. Dass sein Sohn anders ist, war aber nach der Geburt ein Schock. Ja, das war furchtbar. Also die Nachricht so am dritten Tag, das hat bei mir schon eine Krise ausgelöst. Und dann denkt man, man ist irgendwie selber schuld. Man hat irgendwas gemacht, dass man ein Down-Syndrom-Kind bekommen hat. Aber da konnte ich auch noch nicht ahnen, wie viel Spaß das Leben machen würde mit einem Down-Syndrom-Kind. In der Mehrzahl der Fälle aber sagen die Väter Nein zu einem Down-Syndrom-Kind und überzeugen damit auch die Mütter. Mut machen für die Herausforderung und zeigen, dass man es meistern kann. Jürgen Vogel hat selbst fünf Kinder und ist ein Familienmensch. Er hätte wohl Ja gesagt, glaubt er. Jeder muss das selber entscheiden. Also man kann jetzt nicht jemandem sagen, wie er sich entscheiden soll. Was ich aber toll finde, ist, dass man zeigt, dass es ganz viele Menschen gibt, die Ja sagen. Und dass sie zeigen, dass es ein Riesengewinn ist. Also für das Leben sich zu entscheiden, für die Kinder zu entscheiden und für die Familien sich zu entscheiden. Und dafür ist es einfach gut. Und für Torin ist es auch gut. Seine Eltern lieben ihn so, wie er ist. Und er kennt Kinder, die auch so sind, wie er ist.